Für die Solare-Sieben-Kämpfe. Gibt doch ein Holo-Bier-Klaas. Und der Holo-Tina. Die nach außen schielt. Woher gehen wir lang? Zu dem Assault-Buddy, der da rumläuft, wa? Ganz hin. Vielleicht waren wir die attraktivere Lanze. Ja, das wäre ich wahrscheinlich. Also die Supernova läuft schon mal in die falsche Richtung. Ah, jetzt läuft's. Ja, nehmen wir die Mitte. Na, wo Ritter lang geht. Ritter ist jetzt unser Scout. Ja, da sollten wir uns doch gleich recht halten, ja. Bei E5 da, über zu D5. Mhm. Jop, jop, jop. Ich hab mir die Blood-East-Variate noch immer nicht angeguckt. Gibt's da eigentlich eine mit Jump-Jets? Ja, eine gibt's. Hm. Die macht auch Spaß. Da wäre auf Solare-Sieben. Muss ich mir vormerken, für den Siebel-Verkauf von den Dingern. Also das bis... Du hast doch den Anfeuer-Box, oder? Da ist doch eine drin. Ja? Ja. Da muss ich auch nochmal schauen, das ist mir dann komplett entgangen. Oh mein Gott. Ach, naja. Was ist denn, geh wir gar nicht nach oben? Hm, ich dachte, ich hab hier gerade noch was gesehen. Ja gut, dann verscheu ich da doch mal und dann... Na okay, Echo 5, Fox 5. Oh. Oh, ich hab was gefunden. Nicht schön, äh... Uh, eine Seltenheit, Quick-Boar. Ah, da war noch mehr. Hm. Bestimmt angeheizten Duche, Battletech. Oh, und Annie noch dazu. Und ein Team-Kill für das Gegnerische-Team, großartig. Was auch immer du da machst, Ritter, du machst es richtig. Oh, geht's, also sind... Zwei ist uns da. Okay, hier kommt jetzt auch einiges an. Klar, bin ich hier primed, ne? Haut mal ab mit euren, ähm, Waffen. Ja, die kommen jetzt hier hoch, ne? Oh, rennt er mir vor die Flinte, verdammt! Hahaha. Aus Versehen, ich bin... Oh Gott. Dann hat der Maid auch noch Maid-Shield für den Feind gespielt. Wow! Climax, lauf! Nee, ich bin zu spät. Okay. Ab in den Rücken, ja. Damit, leag! Guter Junge. Platz, Platz. Ach, doch, sech. Hahaha. Hinter uns kommt einer. Ja, der war geht über mir fest, glaube ich. Oh mein Gott. Hahaha. Fast ein bisschen, dass wir dich cheaten. Die Motherfucker, die Motherfucker, die! Hahaha. Und ich lebe noch! Ich bin mitten bei den Gegnern und ich lebe noch! Hahaha. Oh mein Gott. Ja, krass. Hey, das ist es! Der ist mir aufs Dach gefallen und hing fest. Ich find das schade, ey. Ich find diese Figur ziemlich cool mit dem Laufband. Warum gibt's die nicht für Standardmengs? Äh... Mein Nick, für einen Katapult gibt's die nicht, ne? Ja, die gibt's nur für alle, die neu rauskommen. Ja, echt schade, ey. Hätte ich mal noch mal, yoi, wie, das wäre jetzt echt Gold wert. Ach, okay, nützt nichts, ich muss wohl los. Hast du keinen Saisnick? Nein. Sorry, Schatz, ich muss zur Arbeit. Ich brauche mal hier Unterstützung. Joi, ich sprinte. Alter, der Handwerk ging. Oh, da kommen sie hier. Oh, hoffentlich kann er den noch ein bisschen hinhalten. Oder gar killen, dann wissen sie zumindest, wo sie hin müssen. Äh, du solltest du rückgertragen gelegen. Ne, da kommen auch ein paar... Nix von denen und hier was. Ne, das spielt keine Rolle, da sind so viele. Okay. Ja, das umdrehen hätte sich jetzt, glaub, auch nicht mehr gelohnt. Ne. Ich wollte das Grauen nicht sehen. Ja, gar nicht erst in den Rücken lassen, ne? Ja, ne, das ist schwierig, sie kam ja von allen Seiten. Eben. Ja, wieso ist Rondo drei? Zwei vor ihm und einer links, ne? Ja, was heißt von allen Seiten, aber... Hätte ich mich den anderen zugewandt, dann hätte ich halt den Blatt erst hinter mir gehabt. Mit seiner dicken Bewaffnung.